Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Carrera-Fürstesets. Entnehmen Sie den Verpackungsinhalt und überprüfen Sie diesen auf Vollständigkeit. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Bedienung Ihrer Carrera-Fürstbahn. Lesen Sie bitte diese sorgfältig durch und bewahren Sie sie anschließend auf. Sie benötigen 4 Stück C-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Stecken Sie nun die Schienenteile gemäß der Darstellung in der Betriebsanleitung zusammen. Zum Anbringen der Easy-Clip-Stützen können Sie die Bahn umdrehen. Schrauben Sie anschließend den Deckel der Batteriebox mit einem passenden Kreuzschraubenschlüssel ab und legen Sie die Batterien richtig gepolt ein. Stecken Sie beide Handregler in die vorgesehenen Büchsen an der Batteriebox ein und schrauben Sie den Deckel wieder an. Schneiden Sie mit einer Schere die Deckel-Elemente und Leitplanken gemäß der Abbildung in der Betriebsanleitung zu und bringen Sie diese mit Hilfe der Leitplankenhalterangehen angewünschter Stelle im Bahnlayout an. Nehmen Sie nun die Fahrzeuge zur Hand und fächern Sie die Kontaktschleife etwas auf. Stellen Sie die Fahrzeuge an die Startziellinie und drücken Sie die Handregler. Jetzt kann der Spielspaß für die ganz kleinen Kinder im Vorschulalter losgehen. Viel Freude mit Ihrem Carara-Produkt!